Das Wort hat die Kollegin Mechthild-Heil für die CDU CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit 735 Millionen Euro ist der Etat des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz wirklich mit Abstand der kleinste. Und Frau Lai, Sie haben ja vollkommen recht, ist sogar um 10 Millionen Euro kleiner geworden als im Jahr 2016. Sie sagen, das ist ein Drama. Bei Ihnen gilt ja auch immer, immer mehr, immer größer, immer weiter, Hauptsache viel Geld ausgeben. Für uns ist das überhaupt kein Drama, denn wir wissen, Geld ist eben nicht das Wichtigste. Verbesserungen für Verbraucher und Verbraucherinnen erreicht man auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen. Und wir haben in den letzten drei Jahren in vielen Bereichen gezeigt, wie das geht. Sei es im Finanzmarkt oder im Bereich der Rechtsdurchsetzung, bei der außergerichtlichen Streitbeilegung oder beispielsweise beim Online-Kauf. Denn Verbraucherschutz, da zeigt sich auch in diesem Haushaltsplan, findet eben nicht nur im BMJV statt. Andere Ministerien setzen auch verbraucherpolitische Schwerpunkte. Um einige Beispiele zu nennen. Im Verkehrsministerium werden jetzt 1,3 Milliarden Euro für den Breitbandausbau bereitgestellt. Und ich komme selber aus einem ländlichen Raum. Meine Heimat ist weitgehend ländlich geprägt. Und ich weiß, dass schnelles Internet wirklich ein Standortfaktor ist für die Menschen, die dort wohnen, aber auch für die Industrie und die Gewerbebetriebe, die wir da haben. Ein weiteres Beispiel. Im Landwirtschaftsministerium wird auch viel für Verbraucherinnen und Verbraucher getan. Viele Menschen sind bereit, für tierfreundliche erzeugte Produkte mehr Geld auszugeben. Für bessere Informationen und eine schnellere und einfache Orientierung arbeitet deswegen das BMEL daher an einem staatlichen Tierwohl-Label. Im Finanzministerium wurde das Zahlungskontengesetz erarbeitet. Das ist jetzt gerade seit dem 1.9. in Kraft getreten. Damit hat jeder einen Anspruch auf ein Basiskonto. Wir haben ganz lange dafür gekämpft. Und auch wird der Kontowechsel deutlich erleichtert. So können jetzt Daueraufträge und auch Lastschriftverfahren in einem Schritt innerhalb von spätestens oder mindestens 14 Tage von einer Bank auf eine andere Bank transferiert werden. Sie sehen, gute Verbraucherpolitik muss nicht immer viel Geld kosten. Das zeigt sich zum Beispiel, Frau Künast hat es angesprochen, an der Siegelklarheit.de. Da können Sie sehen, wie Ihre Kleider, wie die Siegel, die Sie in Ihren Kleidern finden, was dahinter steckt und ob Ihre Kleider wirklich nachhaltig produziert wurden oder eben nicht. Die Liste ließ sich wirklich noch unendlich fortführen. Und das zeigt eindrucksvoll, Verbraucherpolitik, das ist eine Querschnittsaufgabe, die wir sehr ernst nehmen. Und das spiegelt sich eben auch in diesen verschiedenen Haushaltsplänen. Die Menschen erkennen das an. Wir haben den EU-Verbraucherbarometer, der zeigt eine positive Entwicklung. Die Zufriedenheit der Verbraucher ist seit der Einführung des Barometers im Jahre 2008 deutlich gestiegen. Und das ist gut so. Und das ist Lohn unserer Anstrengungen. Das ist Lohn der Anstrengungen der Unternehmer, der Verbände und auch von uns aus der Politik. Es wird aber auch in diesem Barometer aufgezeigt, dass es da wirklich hier und da noch Handlungsbedarf gibt. Zum Beispiel sagt man im Gebrauchtwarenmarkt, Wagenmarkt und im Elektronikmarkt. Auf dem Erreichten ausruhen. Das ist halt sicherlich nicht die Option, die wir haben. Das wollen wir nicht tun. Und wir sehen überall neue Erfindungen. Wir sehen neue Ideen. Und gerade im Bereich der Digitalisierung entstehen neue Möglichkeiten für den Verbraucher. Aber neben den neuen Möglichkeiten entstehen natürlich auch immer viele Risiken. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, reicht eigentlich der bisherige Rechtsrahmen? Gibt es Nebenwirkungen, die nicht erwünscht sind? Können Verbraucher ihre Interessen wirklich durchsetzen? Oder müssen wir nachsteuern? Und das möchte ich vorab wirklich ganz klar sagen. Dort, wo Verbraucher nicht auf Augenhöhe entscheiden können, da muss und soll die Politik eingreifen. Aber es gibt eben auch Tendenzen, die mehr Sorgen bereiten. Weg von dem, wir trauen den Bürgern etwas zu. Hin zu dem, der Staats weiß es besser. Es gibt eben jene, die auf der einen Seite mehr Mitentscheidung für alle Bürger fordern, aber auf der anderen Seite den Bürgern noch nicht einmal zutrauen, zu entscheiden, was auf ihrem eigenen Teller ist oder wie sie ihr eigenes Geld anlegen. Ideen gibt es genug. Verbot von bestimmten Finanzprodukten für den privaten Konsum oder die Idee einer Fett- oder Zuckersteuer auf Lebensmittel. Es gibt die Versuche, in immer mehr Bereiche einzugreifen, die bisher jeder Bürger für sich entscheiden konnte. Und da spreche ich nicht nur die Opposition an, genauso auch unseren Koalitionspartner. Wir sollten uns als Gesetzgeber nicht anmaßen, Verbrauchern vorzuschreiben, was sie zu wollen haben. Die Grünen haben das mal mit dem Veggie Day versucht, sind damit untergegangen. Aber die SPD denkt auch laut nach über Zwangsabgaben auf vermeintlich ungesunde Lebensmittel. Und Ideen, die schnell ihren Weg in die Medien finden, aber meist leider wenig durchdacht sind, gibt es nicht nur bei unseren politischen Mitbewerbern. Wir finden sie heute auch bei vielen NGOs. Keine Frage. Auch hier muss ich sagen, die nichtstaatlichen Organisationen erfüllen eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft. Aber leider werden manche dieser Verantwortung nicht gerecht. Die Frage nach den Gründen, das mag jeder für sich selber beantworten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Foodwatch. Foodwatch hat eine Studie erstellt, wo sie mit Spendengeldern finanziert. Auch das ist intransparent. Das kann man nicht wissen. In der Studie wurden über 400 zuckerhaltige Erfrischungsgetränke getestet. Foodwatch ist sehr gut in den Medien vernetzt. Über alle Kanäle werden dann solche Studien verbreitet. Man könnte aus der Politik hinaus sagen, das ist beneidenswert. Wenn man sich dann aber die Aussage der Studie ansieht, treibt man sich die Augen und kann sich nur wundern. Die Aussage ist, Limonade hat zu viel Zucker. Liebe Freunde von Foodwatch, dafür braucht man keine Studie. Das ist gerade das Wesen von Limonade, dass sie ein zuckerhaltiges Getränk ist. Und auf jeder Flasche steht sogar drauf, wie viel Zucker drin ist. Also was soll das? Studien wie Wasser ist zu nass oder Butter ist zu fett brauchen wir wirklich nicht. Und wir brauchen im Gegensatz dazu NGOs, die Verantwortungen für die Gesellschaft übernehmen, die Themen und Vorgänge kritisch bewerten, aber dabei nicht das eigene Profil und die Verunsicherung der Menschen, der Bevölkerung im Mittelpunkt haben, sondern ganz einfach einen Erkenntnis gewinnen. Der Verbraucher, ob der Verbraucher eine große Menge an Schokoladen isst, ob er vegan lebt, ob er nun Limonade trinkt oder ob er Milch trinkt, das macht er aus freien Stücken. Unsere Aufgabe ist es dabei, den Menschen zu sagen, hey, pass auf, übertreib es nicht. Wenn du mehr wissen willst, hier sind die richtigen und wichtigen Informationen in möglichst kurzer und einfacher Form. Schau es dir an, denk nach und treff dann deine Entscheidung. Wir wollen eben nicht den besserwisserischen Staat. Wir wollen den Verbraucher auf Augenhöhe. Und wir haben uns intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich unsere Gesellschaft verändert, wie sich Wirtschaft und Verbraucher verändern und was das für unser Leitbild in der Verbraucherpolitik bedeutet. Wir haben unsere Ideen auch zusammengefasst in einem Grundsatzpapier. Aber ich kann Ihnen sagen, die Grundsätze unserer Politik werden sich nicht ändern. Sie haben Bestand, weil sie gut und richtig sind und sich auch bei den neuen Herausforderungen wirklich bewährt haben. Eine einfache Tatsache. Verbraucher sind verschieden. Es gibt nicht den einen Verbraucher, der alles weiß und versteht. So kann einer fit sein in Gesundheitsfragen, aber vielleicht im Internet nicht. Er muss sich dennoch im Netz sicher bewegen können, egal wie viel er davon versteht. Und auch wenn er sich nicht mit Medizin auskennt, muss er natürlich beim Arzt gut behandelt werden. Das ist unser Anspruch. Und darin ist unsere Verbraucherpolitik ausgerichtet. Und schauen wir uns die fortschreitende Digitalisierung an. Verbraucher müssen noch in dem Bereich frei entscheiden können, ob sie ihre Daten für eine Dienstleistung preisgeben wollen oder nicht. Wir haben viele Entwicklungen. Sehen Sie sich die Fitness-Apps an, die zu günstigen Tarifen jetzt vielleicht bei einer Krankenkasse, vielleicht bei mehreren Krankenkassen führen oder bei Versicherungen. Dem kostenlosen Facebook-Account, die vielen Daten, die in einem vernetzten Auto gesammelt werden oder auch bei Gewinnspielen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung bietet sicherlich eine gute Basis dafür, damit weiter umzugehen. Und bei der Themenvielfalt, die ich ja aufgeblättert habe, wird deutlich, wie sehr die Verbraucherpolitik eine Querschnittsaufgabe ist. Die Themen des Verbraucherschutzes sind in vielen Ministerien und auch Behörden verankert. So haben wir das Aufsichtsziel des kollektiven Verbraucherschutzes auch bei der BaFin verankert. Das zeigt, der Verbraucherschutz rückt immer weiter in den Fokus der staatlichen Aufsicht. Deshalb wichtig ist es für Verbraucherpolitik nicht so sehr, wie viel Geld es gibt. Gute Verbraucherpolitik macht man mit einfachen und klaren Informationen, mit sauber erarbeiteten Erkenntnissen aus der Forschung, mit guten Gesetzen und einer funktionierenden Rechtsdurchsetzung. Und Herr Maas, Ihr Etat für Öffentlichkeitsarbeit ist im letzten Jahr sehr angewachsen und wird auch in diesem Jahr nicht gekürzt werden. Sie wollen in die Öffentlichkeit, und das sieht man. Aber das darf nicht dazu führen, dass Sie sich in laufende Verfahren einmischen. Gerade Politiker, aber auch natürlich Minister, sollten während eines Strafverfahrens keine vorschnellen Vorverurteilungen abgeben, sondern dies immer den Gerichten überlassen. Ihre Kollegin Frau Schwesig hatte mit ihren Äußerungen zum Fall Gina-Lisa Lofink eindeutig Partei ergriffen und, ich sage genauso, eindeutig Grenzen überschritten. In Deutschland gibt es gute Gründe für die Gewaltenteilung. Es ist Sache der unabhängigen Justiz, Personen zu verurteilen oder freizusprechen. Politiker sind nicht die besseren Richter. Und noch ein Wunsch am Ende. Wenn Sie jetzt noch, Herr Minister Maas, bei den anstehenden Umstrukturierungen in Ihrem Haus wirklich den Bereich der Verbraucherpolitik stärken und nicht nur eine parteipolitische Strategie verfolgen, dann könnte es ein gutes Ja für den Verbraucherschutz und die Justiz werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Hans-Christian Ströbele für Bündnis 90 Die Grünen.